jo leute willkommen zurück bei minecraft take it light wieder aus meiner sicht heute hat es wenn die kühn farm hier noch ein bisschen schweine gefarmt das letzte mal scheiße und jetzt hole noch ein paar schicken dass man dann alle drei nahrungseinheiten haben schwein chicken kuh barbeque machen barbeque chillen mit unserem checks warum habe ich niederstein von mir gehabt das brauche ich nicht das niedersteiner ist nicht vielleicht habe ich den auch auf dich geworfen ich war ja gerade im netter weiß ich aber schon nicht mehr ich glaube ich habe nichts auf dich geworfen auf deinem tür wieder das ist eigentlich ein komisches ding hier mitten in der wüste ach so das ist da wo ihr den berg weg gefetzt habt oder da wo ich geformt habe vermute überall steine habe ich habe sie wieder begradigt das ist nicht wundervolle und nämlich schon was das noch ein fleck ist machen hilfe und nö ich habe mein drill wieder nicht haben wir nicht auf seite was ist das man mein chat pack du kannst fliegen nähe wenn ich eingestellt bin geht es nicht und unter wasser geht der meinung der nicht schon bitter er steckt da einfach ich hatte schon luftfläche ich hoffe jetzt mal nur dass inzwischen nicht die chicks irgendwie abgehauen nur noch mal sporen die du ja immer in schafe unter den bäumen eingesperrt das sieht auch interessant aus die schafe hängen irgendwie immer in den blättern drin aber nur die schafe die anderen hängen da nie drin ja hühnchen aber ich sehe keine hühnchen weiß dunkel ist hier im wald zündeln an hallo ich hoffe die reichen noch meine hühnchen juhu hat gereicht das andere hängt auch mal in den blättern scheinbar oder was ich finde das so cool ja tatsächlich auch mein hähnchen in den blättern drin hähnchen komm her ich bin jetzt paintball kugeln und fang nicht drin ein und dann hat die kugel eine farbe auch coole sache und q schön fuck hm was mach ich da rein komm her wieder und wenn ich daheim bin will ich schlafen gehen ja das können wir morgen ist eh grad bisschen dunkel juhu level up da ist ein enderman er haut ab wir müssen enderman nicht der tschweler hat er sich wieder weg teleportiert ey immer kurz bevor man scherz den berührt ist er weg wo ist er jetzt bischen ja ich habe ihn unter wieder eine perle das ist gut da ist der nächste enderman den hole ich mir auch gleich es braucht ein bisschen clean stone aber er hat mich fast getötet nicht sterben wenn so weit weg bist ich bin nicht mehr weit weg nur 200 blöcke wir unser haus schon wieder stein haben wir clean stone wir haben natürlich kein clean stone aber dafür 71.000 steine dann hau einfach mal drei stacks in den ofen oder zwei glaube ich kannst du gleichzeitig reinwerfen in den ganz rechts ja ich mach mal ein paar stacks voll ich stehe einfach davor und warte geschwindes geht ja recht zügig habe ich schon 36 gebrannt verbrennt immer gleich 22 gleichzeitig mehr und die gehen auch noch mega schnell verhältnismäßig ja deswegen bleibe ich kurz davor stehen ich wünsche mich hier die ganze zeit mit allen möglichen fächern aber ich muss doch die minecraft musik wieder ausschalten weil diese standard musik ist einfach scheiße anstatt dass der tipps mischer den persönlich anschreibt nein das muss natürlich eben offiziellen chat machen das ist genial ich habe mich schon gewundert ich dachte mir das ist irgendwie nur seine atmen nachricht gewesen und habe deswegen nichts gesagt katten er kann ich nicht einschreiben deswegen machen den offiziellen chat also hat er jetzt gerade wieder zugeschrieben so jetzt haben wir 300 stein einfach mal einfach mal in zwei sekunden gebrannt zwei minuten gebrannt ja gut es kommt noch mal 120 steine zu stimmt so markus seine dinge ausgleichen das gefällt mir so besser ja da könnte sich da schon kümmern zwei checken futter so ein halbes herz schaden bekommens hau mir mal die dinge drauf war der mal bis du wieder voll wirst bis jetzt gibt kein schaden und jetzt gibt mir die dinge mal wieder nämlich in den müll einer stecken kann hier und hier der foto und jetzt kommt der nächste test wir testen jetzt wenn ich dies in den rechten breeders steckt ob man damit auch die hühnchen im anderen gehege mit breeders kannst du mal probieren ich kenne mich leider nicht so gut aus da der bereich groß genug ist von den brüder aber es scheint nicht so zu sein nein abredet die damit sieht es na ja ja jeder in diesen mini gängen hier drin rumlaufen weil die sind nur ein block hoch die können in den in den zaun reinlaufen so ja gut so lange sich drüber kommen sie sind aber sie cool aus weil der rest kann es nicht aber sie können na gut das heißt dann brauche ich jetzt wieder zwei brüder genau und wir wollen ja die tiere selber schlachten ja die kümmer aus könne brauchst du nicht automatisieren ja eben das heißt ich ernte jetzt noch einmal das feld und dann gehen wir alle schlafen ich muss kurz noch das ding hierzu hier kann ich schon mal darauf vorbereiten dass jetzt ja dann gleich schlafen gehen können so 30 sekunden ungefähr komm markus das geht natürlich auch er hat irgendjemand von euch eine hohe aus meiner hohe du kannst du das feld mal hohen bitte ich bin drauf gefallen dann kannst du gleich mit ins bett kommen das wird schon nein ich war noch am feld ich hab doch gesagt jetzt dann gleich bei einer feld ernten da du kannst jetzt mal hier hohen gehen die zwei dinge ich lege dir sogar sieht es drauf ihr gleich anpflanzen kannst ja so sieht das noch mal nach was aus langsam mir gefällt der foto betty ja ich bin schon drüben ach du bist schon im bett ich muss jetzt noch kurz das was ich nicht brauche wird das wird schon messer wird der karotte im arm nun mal lässt jetzt kannst du wenn du willst er hat schon gelöst wer der joint steht da ich bin noch am server im stu letzten million dankeschön so moment hier geht es weiter ist ganz willkommen ist er hinter zeige euch mal die kurve noch mal kurz bevor die folge wir haben angefangen 17 passt noch die kurve ist nämlich jetzt schon auf ach du scheiße meine sauerstoff reicht dann jetzt war ich noch zwei brüder level 43 sind wir jetzt mit die kurve ist wenn du stein weg machst wo man sieht machen bilder clean stone hin oder so normaler stein sind cooler aus kannst du ja bis dann jetzt brennen habe ich ja schon gemacht und dann gibt es mir ich habe noch 80 ich du bist dann korrigieren was du da gemacht hast habe ich noch eine schaue das sieht auch doof aus da kommen die zauern hin und das muss auch das sieht schon mal gut aus dass du hier unten treibst so ungefähr habe ich mir vorgestellt ich habe was abgebaut und das ist ja nicht verschwunden deswegen haben wir aus lapis lazuli auch farbe machen nein er ist aus redstone muss ich wieder mit rosen machen rosen wenn lapis geht es das weiß ich ja das geht es und lapis haben wir inzwischen auch einfach 250 das ist gut den stein inzwischen bin ich schon ziemlich schnell mit dem crafting system und auch mich irgendwie so ein bisschen scheiß skelett um lebt er noch so werde was draus ist nur irgendwie das hier oben noch schöner in die bauer hinbekommen so jetzt hat es was wir passen nicht hierher kommen wir da weg jetzt noch mal zu ja ich würde mal sagen so sieht das noch was aus und wir beenden auch wieder diese aufnahme genau wie jetzt oder ein breeder zweiter moment die schafe in sich auf also hast du schafft von dir aus vermehrt ja ich habe die von der hand herrn hat okay weil die hinsicht und vermehrt er die schafe ja den 1 1 1 noch die schafe haben sich nicht vermehrt meines menschen hinter luft abgeschmiert einschaffen wirtschaft schwein war ich sage ich schweine habe ich kann dann lade ich so was auch für diese folge bis zum nächsten mal ist raus tschüss tschüss